Hi, willkommen zurück. Ich bin Laria, Witch of Roses und ich heiße dich willkommen zu meiner allerersten Meditation. Hattest du heute einen sehr stressigen Tag oder fühlst dich generell sehr angespannt und möchtest mal so ein bisschen entspannen? Dann ist diese Meditation genau das Richtige für dich. Viel Spaß! Nimm dir einen Moment und strecke dich erst einmal. Strecke deine Arme, deinen Rücken, bewege ein bisschen deine Schultern und deinen Nacken. Vielleicht lässt du auch einfach deinen Kopf mal nach vorne fallen. Bewege ihn zur linken und dann zur rechten Schulter hin. Danach suchst du dir eine angenehme Position. Du kannst dich hinsetzen im Schneidersitz oder im Lotussitz. Ist dein Körper zu müde? Kannst du dich in dieser Meditation auch gerne hinlegen? So, hast du jetzt deine Position gefunden? Dann fangen wir jetzt an. Atme tief und ruhig ein. Halte den Atem an. Und atme langsam wieder aus. Lass die Lungen leer. Und atme noch einmal. Tief ein. Tief ein. Anhalten. Und langsam wieder aus. Atmen. Jedes Mal beim Einatmen, stell dir vor, wie du eine sehr ruhige, angenehme, wohltuende Energie einatmest, die bis in deine Lungen geht, sich von deinen Lungen aus in deinen ganzen Körper ausbreitet. Sie ist warm, wohltuend und friedvoll. Mit jedem Ausatmen stellst du dir vor, wie der ganze Stress und die ganze Anspannung vom Tag oder auch nur die, die in deinem Kopf ist, von deinem Körper herausgeatmet wird. Du atmest all diesen Stress und die Anspannung, die Verspannungen atmest du aus. Und sie fliegen hinfort, wie Löwenzahnsamen mit dem Wind. Und je mehr sie davonfliegen, je weiter sie weg sind, desto mehr eröffnet sich in dir eine Klarheit, eine wohltuend, friedvolle Klarheit über dich selbst. Visualisiere nun vor deinem inneren Auge eine Kugel aus Licht. Es ist ein sehr weiches, warmes, wohltuendes Licht. Es ist weiß, mit einer leichten Mint-Farbe. Du darfst diese Kugel auch anfassen. Wie fühlt sie sich an? Kalt, eisig, warm, heiß oder ein bisschen windig? Du spürst, wie diese Kugel ein wenig kitzelt, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Diese Kugel aus Licht bewegt sich nun auf deine Füße zu. Sie hüllt deine Füße ein. Mit ihrer wohltuenden Art umschmeichelt sie sie. Du spürst, wie deine Füße immer entspannter werden. Wie die ganze Anspannung aus ihnen hinausweicht. Vielleicht bist du heute schon sehr viel gelaufen mit den Füßen. Vielleicht sind deine Füße aber auch nur erschöpft von den letzten Tagen und Wochen. Genieße das Gefühl dieses wohltuenden Lichtes an deinen Füßen. Es fühlt sich an wie eine unglaublich wohltuende Fußmassage. Langsam breitet sich das Licht weiter aus und bewegt sich über deine Waden bis hin zu deinen Knien. Du spürst, wie deine Wadenmuskeln sich nun auch anfangen zu entspannen. Vielleicht kitzelt es ein wenig. Ist es kühl? Ist es warm? Was du auch immer von diesem Licht aus fühlen magst. Es ist unglaublich angenehm, wohltuend, entspannend. Endlich können deine Waden und deine Füße entspannen. Das Licht wandert weiter hoch. Deine Oberschenkel hinauf. Über dein Gesäß. Bis hin zu deiner Talie. Und auch hier ist das Licht unsagbar wohltuend. Alles von deiner Talie abwärts entspannt sich. Du bist entspannt. Es fühlt sich an, als würdest du in einem unglaublich warm, angenehmen Bad sitzen. Vielleicht aber auch ein kühles Bad. Je nachdem, was für dich am angenehmsten ist. Nun wandert das Licht weiter hinauf. Bis zu deinen Schultern. Spüre, wie deine Schultern von diesem Licht umschlossen werden. Hinten, vorne, dein ganzer Oberkörper. Fühle, wie tief sich deine Muskeln nun endlich entspannen können. Du atmest noch einmal ganz tief ein. und wieder aus. Genieße diese Entspannung. Diese Entspannung, die du verdienst. Von deinen Schultern wandert das Licht nun auch die Arme entlang. bis hin in deine Fingerspitzen. Auch deine Finger, deine Hände dürfen entspannen. Und ja, sie entspannen. Vielleicht spürst du auch hier noch ein leichtes Kitzeln. aber es ist sehr angenehm, heilend, wohltuend, beruhigend. Nun lasse das Licht auch noch den letzten Teil deines Körpers entspannen. spüre, wie die Kugel aus Licht dieses wundervolle, schöne, weiß-minntfarbene Licht Deinen Hals. Dein Hals sich hinauf bewegt und dein gesamtes Gesicht umschließt. Habe keine Angst. Es mag sich am Anfang ein wenig ungewöhnlich anfühlen, aber wisse, dieses Licht ist heilend und wohltuend. es wird dir nichts Böses tun. Du spürst, wie sich deine Augen entspannen. Deine Augenmuskulatur, deine Augenbrauen, deine Stirn. Achte darauf, dass du sämtliche Muskeln im Gesicht locker lässt. Dein Kiefer, lass deinen Kiefer locker. Spüre, wie alle sämtlichen Muskeln im Gesicht nun schön weich werden und du die Entspannung erfährst, nach welcher sich dein Körper die ganze Zeit gesehnt hat. Nun, spüre in deinen Körper hinein. Gibt es noch irgendwo Stellen an deinem Körper, welche eine gewisse Anspannung noch beinhalten oder vielleicht sogar Schmerzen? Spüre tief hinein. Gibt es dort noch so eine Stelle oder mehrere? Lasse jetzt diese wohltuende, heilende Kugel aus Licht an diese Stelle gleiten. Atme noch mal bewusst tief ein und stelle dir vor, wie dein Atem diese Stelle mit Sauerstoff füllt und die Kugel gibt noch einmal ihre heilende Energie hinzu und lässt diese Stelle an deinem Körper entspannen. Zieht die Anspannung heraus und den Schmerz und atme noch einmal tief ein und spüre wie der Sauerstoff die heilende friedvolle Energie an dieser Stelle Dein Körper heilt und entspannt. Schaue auch, ob du noch an anderen Stellen an deinem Körper Anspannung oder Schmerz empfindest. und lasse auch dort wieder die Kugel hingleiten und heile mit deinem Einatmen und der wohltuenden Wirkung der Kugel. Nimm dir hierfür noch ein wenig Zeit Bist du schon komplett entspannt? Dann genieße einfach dieses Licht genieße die Entspannung Lass es richtig durchsacken bis in deine Seele bis in dein Herz Spüre wie sich sogar deine Organe entspannen und plötzlich fällt dir das Atmen so viel leichter. Endlich kannst du Luft holen. Genieße noch den Augenblick nachdenken. So, bringe nun die Kugel zurück. Zurück zu deinen Füßen, wo sie gestartet ist. Visualisiere, wie sich die Kugel in eine Art Decke verwandelt. Und diese Decke legt sich von deinen Füßen über deinen ganzen Körper und auch über dein Gesicht. Es ist immer noch dieselbe wohltuende Energie wie zuvor. Heilend und entspannend. Jetzt spüre, wie sich die Decke mehr an deinen Körper heftet. Aber keine Sorge, sie dient dir. Wie ein Kokon einer Raupe in dieser wundervollen Energie. Nun spüre, wie diese Decke, dieser Kokon mit deinem Körper verschmilzt. Er wird förmlichst in deinen Körper aufgesogen. Und du spürst noch intensiver, wie deine Nervenzellen, deine Organe, tief in deinen Knochen, in jeder Pore, jeder Zelle deines Körpers spürst du nun diese wohltuende, warme, angenehme, weiche Energie. Die Energie des Friedens. Die Entspannung. Genieße diesen Augenblick und wisse, dass, wenn du gleich aufwachst und wieder in deinen Tag hineinschreitest, du diese wohltuende Energie in dir trägst, in jeder Zelle deines Körpers, nimm dir aber nun noch ein wenig Zeit, um zu genießen. Die Energie des Friedens. Wenn ich bis fünf gezählt habe, machst du wieder deine Augen auf. Okay? Eins. Hol schon mal Tiefluft. Zwei. Fang schon mal an, ein bisschen deine Fingerspitzen zu bewegen. Drei. Vielleicht bewegst du jetzt auch schon deine Zehenspitzen. Vier. Du kannst dich ruhig schon ein bisschen strecken. Ein bisschen wach werden. Und fünf. So, aufwachen. Ich hoffe wirklich, dass ich dir helfen konnte, ein bisschen zu entspannen. Und dass du jetzt mit neuer Energie und Entspannung in deinen Tag gehen kannst. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.